Musik 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 Mein Name ist Stefan Stiller. Ich bin aus Deutschland. Ich bin Chef seit fast 40 Jahren. Ich bin der Founder und Chef von Taian Table, die ich in Shanghai in 2016 opened in Taian Table in 2021. Die Taian Table in Taian Table hat sehr europäische Routen. Aber seit ich in China und in Asia leben seit fast 20 Jahren, gibt es ein paar Influenzen aus China, Japan, und Korea. Wir verstehen ein bisschen, wie wir die flavorsen adaptieren. Und wie wir auch ein bestimmtes Produkt, die Seasonalität und das Lopel haben. Wir sind von all over China. Und das ist wichtig für uns ist die Seasonalität. Das bedeutet, dass wir immer Sourcing according zu den individuellen und micro-Seasons in China sind. Und für uns ist die Sustainabilität sehr, sehr wichtig. Also nicht Sourcing von den anderen Teilen der Welt. Es ist eher so, was wir finden, was wir finden in der Top-Qualität auf dem Markt. Das Open Kitchen-Konzept gibt Möglichkeiten für Interaktion, aber auch bringt die Team, die Service, die Kitchen-Team mehr近 zu den Diningen. Die Gäste können ein viel mehr Privat, Personal und Intimate fühlen, von dem wir hier in der Küche machen machen. Es ist eine sehr gute Art von Dining, und es ist auch eine sehr unterschiedliche Erfahrung. Wenn wir die Tynetable in 2016 öffnen, in der Anfang, wir haben die Menü alle vier Wochen geändert, das war zu schwierig. Wir öffnen diese ein bisschen nach sechs Wochen, sechs bis acht Wochen. In Guangzhou sind eigentlich acht Wochen. Und es gibt nicht viele Unterschiede zwischen den Menü in Shanghai und Guangzhou. Manchmal müssen wir kleine Veränderungen machen, in der Sourcing, weil wir einige Produkte in Shanghai bekommen können, manchmal können wir nicht in Guangzhou bekommen. Für uns, für den China-Market, die Tynetable in Guangzhou und in Shanghai werden wir wahrscheinlich die zwei Tynetables haben, die wir haben und die wir erstellen. Vielleicht in der Zukunft haben wir andere Möglichkeiten, mit anderen Städten, aber für uns, das ist bereits genug Arbeit für uns.